schönen guten abend ihr lieben wir sind wieder da wir sind wieder live wir sind in pass of exile so und wir gucken mal guck mal der meld der direkt offline und online der weiß was er will so und wir wollten dann gerne mal gucken gehen so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Setup. Wie wir da weiter verfahren wollen. Oder ob wir einfach sagen, wir ballern mal einen neuen Charakter hoch. Was haltet ihr da denn davon? Haben wir eben mit dem wir wirklich gut farben können? Und dann können wir eigentlich mal gucken... Ah, Meld! Moin! Ja, ja, naja... So, aber da muss ich mal gucken, wie die... Wie das funktioniert mit dem... Was spielen wir überhaupt hoch? Mit dem haben wir jetzt hier so ein... Wollen wir jetzt hier so ein... Was hatten wir uns? äh... Cast Van Damage Taken... Charakter... So ein... So ein... So ein Wardloop... Wardloop... Das macht ja... Ist das nicht das, was... Brainy auch spielt? Wardloop? Ist das nicht so ein Wardloop Charakter, was Dirk spielt? Oder ist das was anderes? Ne, was spielt Dirk? Impending Doom spielt Dirk, ne? Okay, der spielt Impending Doom... Ja, oder wir machen wieder irgendwas testen... Wir können ja mal irgendwas anderes machen... Außer... Maven... Äh... 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 Außer Invitations... Was ist denn mit... Was ist denn mit... Irgendwelche... Ähm... Missionen... Die man hier machen kann... Weil eigentlich wie gesagt... Irgendwie bin ich ja... Fanat in meinem Righteous Fire... Hier so eine... So eine... Äh... Wie heißen die? Diese Alva... Äh... Memories... Also Memories... Gibt es denn für Memories? Mom Buy... Memories... Memories... Memory... 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 Das ist doch ja nicht das offizielle hier, oder? Nee. PoE-Wiki? Ist PoE-Wiki netted aktuelle? Oder wie ist die aktuelle Seite? Doch, PoE-Wiki net, ne? War das aktuelle. Ja. So, und da können wir jetzt hier gucken. Aber die Missionen sind jetzt auch irgendwie nicht das Highlight, oder? Muss man auch mal sagen. Also, ob wir da, könnte es ja auch Highlight weitermachen. Ja, das, äh, von, 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 äh, dem Dings habe ich noch das Gear vom Cast. Aber das, da sind wir mal ehrlich, das ist doch mau. Also, was da rumkommt, das ist doch mau, mau. Also, was man natürlich mal gucken könnte, ist, äh, was Deception so an sich bringt, ne? Mit den Divination-Karten. Hier ist ein... Gianna. Gianna. – Hier wirst du ja zugeballert mit Whispers, das ist ja ohne Ende. Ich glaube, ich mache mich gleich mal auf DND. Du machst ja nur bumm, 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 so. Ja, was machen wir jetzt? Wie gesagt, heißt denn, das hat ja irgendwie nicht so den Mehrwert, hatte ich irgendwie das Gefühl. Leider, leider. Ja, also mit dem... Mit dem Chaos, ne, hatte das nicht so diesen Mehrwert. Ja. Nein, das wird jetzt hier nicht verkauft, das wird dann, nein. Nein, 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 nein. Wir wollen ja irgendwas spielen, aber ich weiß nicht, was. Naja, wir könnten natürlich auch einfach Unusual Games spielen. Und gucken, was wir kriegen. Ja. Auch das ist ja eine Möglichkeit. Wenn man ein paar Unusual Game-Dinger haben wir ja so, ja, im Heist-Locker, die können wir da einfach erstmal wegballern. Aber wo sind die? Ach hier, da, Unusual Games. Unusual Games. Das zeigt nicht an, ne? Ja. So. Haben wir doch erstmal vier Stück. Ja, dann müssen wir natürlich auch ein paar... Ein paar Deceptions laufen. Für Giana. Ich weiß ja nicht, haben wir noch irgendwas frei hier beim... Dr. Faustus. So, wollen wir jetzt aber nicht machen. Reveal. Das ist ein... Was ist denn hier? Giana haben wir ein. Naja, das hilft ja nicht so viel. So, dann machen wir mal... Ach so, hier unten. Decept. Da, da haben wir doch aber ein paar. Da, eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Komm, machen wir erstmal zwölf Deceptions. Ja, wie gesagt, mal ein bisschen was anderes, ne? Ja, du riechst ja durch hier bei den ganzen Maven-Quatsch da. Äh, bei den ganzen, äh, normalen Map-Star, die ich da mal mache. Dein Star hat ergerufen. Geh deine Zeit. Das ist nur der Wärmung. Ich kann das noch nicht tun. Ja, letzten Endes interessant sind ja auch nur die, die Karten-Dinger. Dann öffnen wir auch einfach hier die Drohnen. Oder das ist doch mal was anderes, Meld. Dann können wir mal gucken, was wir, was wir so bei rumkriegen. Äh. Halt! Wir sind jetzt auf dem Weg. Wired, oder wir werden bald enden. Wer ist da? Was ein Antiklimber. Becken, Lange, Soldat. Ich werde ihn inspekt. Sie waren sehr nahe, aber sie konnten es gar nicht taste. Gut, jetzt rutsch die Existenz. Halt die Liste! Sicherheit kommt! so was sie sehen, das waren keine Karten, das war ein schöner Arm das war ein schöner Arm stehe auf dem Schrift und schaue du Mars da haben wir Schatz ich hatte, ich glaube, Mirror Shards gibt es nicht, ne, in den... schau 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 Ah, ah, oh, look, farewell. Little chat, eh? So, nehmen wir erstmal den hier, dann müssen wir aber noch weiß machen, glaube ich, ne? Der ist noch blau. So, Planning Room. Oh, ja. You line up. You have to go ahead. How is my scary voice? You there. Oh. You can get this one, yeah? You stay out of it. Also, die Kleentruhen. Quiet. I'm listening. Affiliate. My.. I'm the one that I'm working on, and we're working on. My body. We're not going to do it. We are going to do it, tell me. You're going to talk about the thing? I'm going to sit on the phone right now. You're going to sleep right now. I'm going to sleep in the break. Oh, das ist hier so eine richtig schöne Ebene mit irgendwelchen Alarmdingern. Ja, die Kleen, ne? Würdest du auch mitnehmen, ja. Culling Strike Divergent. 70 Chaos. Aus. Sagt er bei dem Culling Strike. Knock Back Support Anomalus. 5. Amageron Brand Anomalus. 5. Das sehe ich nicht mal, was das ist. Oh, hier. Conductivity. Divergent. 5,6 Chaos. Und hier ist noch Arcan Cloak. Divergent. 150 Chaos. Soll das wohl wert sein. Stimmt das? Meld. Meld. Ich habe jetzt hier kein PoE in den hier offen. Ich muss mal gucken. Divergent Arcana Cloak. Das ist wirklich viel wert. Mensch, dann nehmen wir doch den. Jetzt hätte ich hier fast den Culling Strike mitgenommen. Nehmen wir hier den Divergent mit. Wenn der so viel wert sein soll. Wenn der so viel wert sein soll. 150 Chaos. Das probieren wir doch. Mal gucken. Mal gucken, was der wirklich wert ist. Wir haben da wieder unseren... Und vor allem, dass der nicht als... Als Schwing Item so dargestellt wurde, ne? Hast du das gesehen? Das war einfach nur so ein komisches. Der hat nur so ein komisches. Oder ist ein Schwing Item neuerdings nur noch ein... Divine. Ein Stern. Aber auch 150 Chaos sind doch auch manchmal schon Sterne, oder? Das ist genau das, was wir über den alten Mann unter Attacken hatten. Und sie werden einfach immer wieder kommen. Mal gucken. Mal gucken, was wir dafür wirklich kriegen, wenn wir raus sind. So. Und was kriegen wir jetzt wirklich dafür? Eisnover. Ne, das war Eisnover. So. Na stimmt. 175. Der günstigste. Aber was würdest du da drin stellen? Würdest du das für 175 drin stellen, oder für mehr? Was sagst du? Was hast du? Guten Glück. 175, ja klar. Da ja genau hin. Ja, aber ich bin ja gerade D&D, ne? Obwohl, glaube ich, keinen Abbruch tut, ne? Ja, da kann ich ja dann wieder rausmachen. Da können wir einfach mal hier den für 175 drin machen. D&D machen wir mal eben raus. Und dann gucken wir einfach mal, wie schnell wir zugewispert werden. E-Mail, willst du dir wieder Stack-It-Decks kurven? Ja, wie teuer sind die denn jetzt? 2,2? 2,5 angeblich. 2,5, was haben wir da? Äh, äh, 5 mal? Ne, 10, 10 Stück. Ne, warte, warte, wie viel? 50 mal 2,5. Mal 2,5. Dann war 125 und 10 würde ich dir einfach wieder rufpacken. Also würde ich dir wieder schenken. Also 125 Chaos und 60 kriegst du. Ja, nein, vielleicht. Und dann müssen wir uns wieder auf der Brücke treffen. Oder bist du bankrott? Ja, okay. Ja, dann mache ich jetzt hier erstmal wieder Deception. Damit wir wieder Diana freischalten. Ja, haben wir nur noch eine. und wir brauchen Svea. Ei, ei, ei. So, dann das hier. Zack. Nein, nein. Oh, wir sind doch, wir sind doch bescheuert. Oh, M-Mail. Wir sind doch bescheuert. Wir hatten doch drei Gänge. Ich habe nur ihn gelaufen. Ich bin nur ihn gelaufen. Oh, Mann. Ich habe ihn vielleicht schon mal gemacht. Oh. Ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Gut. Gut hinbekommen. Herzlichen Glückwunsch. Da kann ich mich ja jetzt auch wieder echt ärgern, ne, über mich selber. Das ist echt, oh, Mann. Oh, das ist so schön. Wir sind jetzt nur eine Seite gelaufen von unserem Heist. Von dreien. Und dann haben wir jetzt hier so ein Deception aufgemacht. Na, ja. Er passiert halt. Muss ich ihn nicht ändern. Ärgerlich ist er trotzdem. Ja, dann machen wir das nachher. Und dann mache ich das jetzt ja einfach mal ordentlich. Bis zum Ende. Damit ich nicht die ganzen... Die ganzen Blueprints verschwende und alle, alle Dinger mitmache, ne. Ja, das ist, äh, naja. Wie gesagt, das ist mir schon mal passiert. Irgendwie. Ich hab da irgendwie ein bisschen Talent für, da irgendwie meine... ...Blueprints zu versauen. Ja, das passiert auch dann meistens immer beim Ersten oder so. Weil ich da noch völlig unachtsam bin und dann wieder noch ja nicht in dem Modus. Dass man ja drei Dinger machen kann. Da würde ich mir ja auch hoffen, ne. Oder das wäre auch, äh, äh, sinnvoll. Ne, er fragt ja dann immer manchmal, willst du hier aus der Karte rausgehen? Anstatt da dann mal fragt. Wollen sie wirklich eine neue Karte starten? Ja. Sie haben hier noch offene, äh, Blueprints. Also hier, Reveals. Naja. Gut. Ist halt so. Und dann nehmen wir jetzt hier, ne. Chips, Chips und Tuck. Benderi. Cast. Oh, guck mal, hier können wir sogar noch leveln. Ne, net. Äh, ne, net. Benderi. Cast. Konfirm. Dann müssen wir da eben mal kurz rausnehmen. Zack. Zack. Und dann go. Ja, naja, gut. Ist halt... Ist halt passiert. Ich hab ja trotzdem den Newton-Gammy gekriegt. Ja, so ist es ja nun auch nicht. Wahrscheinlich auch deswegen, weil man so in... Im Wahn war. Wir haben Komponente. Schau, nicht unmöglich. Schau, nicht unmöglich. Mal gucken. Ne, reicht nicht mehr. So, dann mal hier hinten gucken, was wir da kriegen. Konvers endet. Let's continue. So. Glacial Kaskade. Anomalous. Neun Chaos. Schrapnel Ballista. Phantasmal. Fünf Chaos. Sweep. Divergent. 8,4 Chaos. Unleash. Anomalous. 10 Chaos. Und das hier. Frostbombe. Frostbombe. Divergent. 14 Chaos. Anomalous. Anomalous noch mal nischt? Ah, ich glaube, dann läuft er da hoch hinaus. Frostbombe. Oh, ich glaube, dann läuft er da hoch hinaus. Und das hier. Incoming. Better be worth the delay, mate. Fighters inbound. Go, go, go. So. Dann haben wir den ersten. Not according to the rumors I heard about you. Dann haben wir kurz Taschen frei. Dann nehmen wir mal oben rechts drin. Lassen. Okay. Was bringt es für mich? Die Metallküste beenden. Zieh was du kannst. Leid. Oh, those clever bastards. A bit of advice. Give that if you'll find yourself. She's a beaut. Good, you take that. Oh, eight chromatical. Oh, Essence of Scorn. So, jetzt können wir uns hier wieder überraschen. Lassen wir ihn verkriegen. So, wir haben ein Angebot. Poisonous Cron, oh Gott. Kann ja nicht mal Ena aussprechen. Ist auch nur acht Chaos deswegen wert. Ich habe das beste von dir. Hm, fünf Chaos. Ground Slim. Ground Slim. Anomalous. Searing Bond. Das ist ja eigentlich für einen Searing Bond da. Anomalous. Searing Bond. Anomalous. Hm. Und. Corrupting Fever. Divergent. Hm. Neun Chaos. Ich kann das nicht. Jetzt. Du kannst nichtiesz das sein. Ich kann das nicht verraten. Ich kann das nicht nur machen. Der User. Scheiße. Ich kann das nicht durchsetzen. Just keep moving. Rookie? Rook! So, dann machen wir das Ding da gleich nebenan noch mit. Ja, das hier. Guck mal, da haben wir mal Currency und Games. Ich glaube, da kann auch ein Utah-Game mal mit dabei sein, prinzipiell. War es nicht wert, war es nicht? Aber du kriegst das Ding, ja? Ja, ich glaube, da kann ich das Ding sein, oder? So was soll es doch geben. So was soll es doch geben? Ich werde das Ding nehmen. Aber du kriegst das Ding, ja? Sie haben mich! Sie ist in Ordnung. Sie sind in Ordnung. Was soll es denn? Na, los? Ange Ich werde es passieren. Wir kämpfen zusammen und wir werden uns überlassen. Meine Wille ist weg. Wir haben zusammen. Ich kann es nicht tun. Wenn sogar ich glaube, dass wir zu laut sind, ist das ein Problem. Ich denke nicht mehr, wo das kam, ich denke. Sie ist ein schönes. Wir haben zusammen. Wir haben zusammen. Oh, ein Anomalous Determination. Keine Ahnung. 29 Chaos. Das wäre ja immerhin. Schon ein guter Anfang. Multiple... Totem Support. Auch Anomalous. Der ist 10 Chaos wert. Anomalous Animate Guardian. Na, das musst du doch wissen hier. Meld. Animate Guardian. Das ist doch deiner. Da musst du doch wissen, was das wert ist. Komm. Sag an. Oder schätz. Was wert oder Müll. Ich sag es dir gleich, wenn du fragst. Ja, den Wert. Von Anomalous Animate Guardian. Ist das wert? Sagst du? Oder ist Mu? Ich hab schon geguckt. Ne, der ist nur 12 Chaos leider wert. So, Dead or Not Dead ist 9 Chaos wert. Und der... Na, der, den ich hier nicht sehe. Slower... 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 Das ist neu. Also, der... Der... Der Anomalous Determination ist noch am meisten wert. Vielleicht ist der Divergent Anomalous... Äh... Anime Guardian. Ja, der Divergent, der ist 45 Chaos wert. Ich kann nicht das noch machen. Ich kann nicht das noch machen. Entferne Hände. EZ-Pup. Halt! 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 Ich hoffe, das funktioniert. Ich weiß nicht. So, dann sind wir aber durch wieder. Und Fazit ist, man ein bisschen mau. Mau, mau. So. Und so, wir haben, packen wir einfach bei Alphonsorin. Au, hier. Unglaublich. Kriegt den los? Fach 12. Plane. Ach, hier, den hier. Ach. Ach, der. Ah, der nimmt nicht an. Schade. Alex Inex. 4,5 die Wein hat er geboten. Dafür meinen, den ich mal gefunden hatte, mit All Fire Spells. Aber dann halt nicht, dann packen wir hier mal Alphonsor. So, zack. Wir nehmen einfach immer den, 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 den dritten. 8k aus. 10k aus. Und 25k aus. So, dann müssen wir jetzt, müssen wir jetzt, müssen wir jetzt hier noch weiter, also es ist nun ein Zweier, aber trotzdem müssen wir die Anna laufen. Ehen. Mindestens einen. Und dann müssen wir jetzt, wenn wir jetzt hier noch weitergehen. Ja, zack, zack. Warum wollen eigentlich so viele, die so hohen Deceptions haben? Mel, wegen den Karten? Also wegen den Divine-Karten? Dingern da, oder? Schade, schade, schade! Wir schauen ihn jetzt mal, ich versuche. Das gibt mir eine Idee für einen Charakter. Die Walls besser sind, ja. Hm, hätte mir auch irgendwie schon fast gedacht. Schade, schade, schade! Ich versuche mir auch einen Charakter. Ich versuche jetzt einen Charakter. So, damit haben wir Giana auch durch. Kann man jetzt hier das Ding wieder freischalten? Wir sind hier für einen Moment. Ich brauche Wiat. Ich brauche Wiat. Ich brauche Wiat. Hallo? Wie ist dein Name wieder? Ich... Du musst nachher gehen. So. Und dann. Greetings. Mal schauen, was wir hier drin haben. Ich hab die Taschen nicht mal frei gemacht. Nicht mal Detail gekriegt. Fossils, Maps... Also Fossils und Maps könnte ja... Irgendwas sein. Zack. ... nicht weg. Auf den Weg. Ab sie ihn nicht gut. Wenn ich ihn nicht tun kann... Weil ich auch nicht... Das ist ein Problem. Es wird rausgelegt. nicht mehr dann nehmen wir den noch und dann ab nach hinten jetzt hängt es bei mir jetzt weiter so anomalus stormburst anomalus lightning strike 19 chaos ist der anomalus lightning strike call support anomalus müll hexblumen müll und die wird schon tornado schott mal denkst du tornado schott ist ja auch eine skillung ist k Kannst dir sagen, Tornado schaut, was das wert ist, 35k soll es wert sein. Angeblich. Noch kein item ihr kriegt, wo wir mal einen Divine für kriegen, ne? Wir wollen doch nur Items haben, wo wir Divines mal für kriegen. Mhm. So, dann würde ich sagen, hier noch in dem nächsten hier drin, ne? Hier. Dann gucken wir mal, was haben wir hier für schöne Äxte, Breacher. Ich glaube, wir nehmen uns wieder die normalen Truhen vor. Ich glaube, wir haben eine große Strecke. Wir müssen uns durchführen. Wir müssen uns durchführen. Wir werden nicht zu viel verraten. Ich glaube, wir haben das alles zu verraten. Litt! Get her! Hey, just leave something like that lying around. Not the worst, Trapp. Not the best, but not the worst. We're gonna get found out if we're not careful. So, then we're going to go back. So, then we're going back. Quick, get her! Try to come before the alarm. Oh, you're not allowed to do this. So, Anomalus Explosive Trap. Okay, 5 Chaos. Spectre Shield Throw. 15 Chaos. Frost Blades. 8. Oh, Frenzy. Frenzy, Anomalus. 26. Oh, Temporal Chains. What do you think of Temporal Chains? Let's go, Divergent. Was wert oder nicht? Was wert oder nicht? Ja, also zumindestens nicht viel. Das ist 15 Chaos. Der bringt dir noch am meisten, der Frenzy. No time to waste. This is exactly the sort of thing we should have handled earlier. Chains not the time for looting. Enemies approaching! We were already at the top, right? Yeah. We were already at the top, right? Da brennt's schon. So... Also... Die Dinger alle weg. Einen Raps? Pic naar... 이ed. Tres narcot. Toll. iss org тысячしたار ball critically... Achso, wir müssen erst mal gucken, es sind auch wieder nur zwei. Also brauchen wir Indeception mit Gianna. Stop! Weapons up! Don't move! What an anticlimax. No further! Quiet! See? Nothing. I'll show you. Exile! We can pull that thing, but you're coming a mile away. Quiet, or we'll have to end early. Maintain formation. Find his keepers, eh? Oh, this is far more tense than I like. Trespassers! Guards! Weapons up! Scum! Did I say you could speak? Let me do this! In most places, this is where I double-cross you. Oh, I'm not going to double-cross you. I hope you're not waiting for applause. Extruder! Hold the line! Oh, they just keep coming! Hey, you! Spectacular! Keep going! Please stop! Hold the line! 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 By innocence! I do love a happy ending! So, then... Yes? Find something to sell? Oh, I know who won't. Then, in the planning room. Find something to sell me. So, then, you go... How about... You go... I have the opportunity to sell? That's a good idea! so mal gucken hoch wieder nutzt wer hier haben wir drin Ringe Äxte nix nehmen wir wieder Truhen so oi in coming you sure you want that we got company und die Klaus das war ja arm das war nicht ein item aus den kleinen Truhen ne Null Mann 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 oh was ist das hier hinten Crest of Desire was ist denn Crest of Desire ich bin ein bisschen überfordert Crest of Desire 39k aus scheinbar ok ok irre kann man hier sehen ok ok consecrated pass 10k aus anomalus rarity Hat supported skills have one percent shanks for coinshower and kill 10 chaos ok aber hier der virgin glacial hammer 5 chaos dann haben wir hier noch volle an normales volle support an normales volle support 5 chaos ne dann nehme ich hier diese komische item was keiner kennt kann ja nur ein reinfall sein war pass bad personal space personal space gods that was satisfying so was sollte doch mal gucken ist tatsächlich irgendwie 38 39 40 holland kannst du das item hier sagt er sagt er wird post wird kräftelt die seien in gals das dd ich meine mal so an sich Ist das Ding natürlich richtig geil Ja, mal klar, es hat nur Einen Sockel, also du verzichtest da Auf Drei weitere Aber du hast da Plus 48 Quali Oh, guck mal hier Das ist ja nochmal richtig schlecht gerollt Guck dir das mal an Das kann rollen mit Plus 8 Guck dir das mal an Achso, siehst du nicht Plus 8, da hast du gleich mal 77, 80, 100 Chaos Quality ist relativ gut Wenn es Max ist, mal gucken 5 die 5 die Wein, wenn du Max hast Also Army Evasion ist relativ gut gerollt Noch bei mir, aber Bis Plus 8 Level kann das gehen Weißt du Das soll mal Einer wissen Das soll mal Einer wissen Und Einer kennen vor allem So Repository So, da sind Da sind ein paar Ein paar Dingels hier Ein paar Fossilien Ja Wasn't Werfu Was er Was er Was er Was er Was er Was er Es ist wohl genug. Es ist eine gute Idee. Ein paar Tipps? Keep that terrifying to yourself. Wenn du nicht möchtest, ich nehme es. In meinen jüngeren Tagen würde ich dich für das finden. Wir müssen uns bald kaufen. Fangen wir mal an. Galvanic Arrow. Galvanic Arrow Anomalous. 5,4 Chaos. Essence Train. 5 Chaos. Dann... Petrified Blood Anomalous. Oh! Petrified Blood Melt. 90 Chaos. ... Purifying Flame. ... 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 der reagiert hier 10k aus Level 77 Blueprint so Unusual Games, genau So, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal nochmal 3x Gianna machen Also die Reception 1 2, 3 4 Ne, eigentlich muss ich ja bei 4 Dingern und eben ist das OV-Deck, brauche ich ja nur 3 ne, wenn ich richtig zähle Also wir müssen, brauchen eben so ein so ein Öffner ein Türöffner Hey, danke dir, Albina Jam Hallo, hallo So, dann jetzt weiter mit Deception I'm fine, thanks And you? So, Diana So, hier zu der Kärtchen müssen war So, der Kärtchen So, der Kärtchen That's fine No, Gott No, Plot Twist No, Plot Twist No, Plot Twist I don't know where you can help me 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 Oh, hier, der Virgin Cloak wollte jemand haben Ich komm jetzt hier nicht raus Oh je, ja, das hat man davon Das ist doch bei dir im Stream, okay Und dann, dann lässt es lieber Wir schauen ihn ab, ich versuche Wollen sie dir alle immer irgendwas anbieten und andrehen? Ich kann so Sagen hier bei mir Ähm, mit meinem paar Followern Mit 27 Stück Ähm Da muss ich hier nicht groß Ähm Einen Risiert Invest aufziehen, ne Wenn ich da mal irgendwie Die 100 Follower zusammen habe Dann kann ich vielleicht mal ein bisschen Noch mehr drüber nachdenken Aber ansonsten kann man noch Einfach streamen aus Spaß An der Freude Und ein bisschen für Unterhaltung So, jetzt haben wir hier Giana durch Und du warst auch sehr gut So, und dann Ach, wir brauchen ja noch ein paar Giannas Oh je Ah, hoi da Was denn er ja Hallo Grüß Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Wenn du mir dein Name In Twitter Ist das gleiche Ähm Was du hier Oder Ein anderes Name Und Ich kann das Vielleicht später Und Nachher Nachher Because Ähm Ich bin hier Ich bin hier I have no time because streaming oh we have here a we have here first of all the cards hey hallucinatory phenomena anything you see is as red what no plot twist where are my 300.000 stacks of decks the suddenly drop so then nach hinten durch perfect now for the climax keep it up exile super male und jetzt bist du ganz leise ne da wo ich hier äh mit diesem englischen zeug zu gewispert werde also zugeschrieben ich dachte jetzt kommst du und sagst hier ich bin hier und du machst schon alles für mich du bist hier mein Moderator und du hast die ich bin in den ich bin in den ich bin in den Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Ich finde auch komisch, ich habe hier scheinbar ja ein paar Leute jetzt hier mit drin im Stream. Und er zeigt mir immer nur an, bei Twitch gerade, dass ich einen Besucher hätte. Verstehe ich nicht. Ich finde es echt irgendwie diese Anzeige, finde ich, sehr, sehr eigenartig. Ah, gut. Ich finde es ja allgemein auch immer eigenartig, dass wenn man irgendwie die hier irgendwie Besucher hat bei Twitch, dass die einfach nicht angezeigt werden. Also wer jetzt hier irgendwie im Twitch-Channel mit dabei ist hier im Kanal, macht mich ja jedes Mal irgendwie ein bisschen stutzig. Man überlegt, wie viel Geld da rumspringen muss bei Twitch und dass man das nicht hinkriegt. Eigenartig. Aber gut, wir müssen es ja hinnehmen. Und dann kann man immer nur hoffen, dass die Leute, wie jetzt hier der der Jimmy dann mal irgendwie schreibt oder du dann meldet, damit man weiß, okay, man ist nicht ganz alleine. Sonst, ja, ist halt ein bisschen ein bisschen komisch. Sicherheit kommt. So, wir sind hier durch. Und jetzt müssten wir auch unseren Blueprint hier aufstecken können. Zack. So, erst mal packen wir hier wieder Steaket Decks drin. So, eins, zwei, drei. Sorry. Just the lady. Sorry, everyone. New line-up. Hello, Isla. Oh, hello. The new moon approaches. Shall we have their competition of explosions we spoke about? Sorry, everyone. New line-up. Hello, Isla. Oh, hello. The new moon approaches. So, damit haben wir den auf jeden Fall jetzt wieder freigeschalten. Wir werden den noch auf weiß machen. Und dann gucken wir mal. Wir wollen am wenigsten die Wine Item noch haben. Meld. Was ist denn da los? Haben wir irgendwie noch nicht hingekriegt. Wir kriegen immer nur nur Chaos Items. Also hier Chaos Games. Es war bestimmt in dem ersten in dem ersten hier Blueprint drin, ne? Wo ich die beiden Seiten da vermasselt habe. Wo ich dann einfach wieder neu gestartet habe. Die Schmach. Dit war ne Schmach. So, da haben wir Köpfe und Juwelen. Du hast man ja mal nicht spielen. Oh, was würde ich geben für ein Aha-Meld. Was würde ich geben für ein Auktionshaus. Oh, ein Traum. Eben mal rin stellen. Wir sind nicht am Abend ein paar Items. Und da muss man nicht irgendwie erstmal in irgendeine Gruppe irgendwo gucken. Und man kann einfach rausnehmen. Wäre das nicht schön. Guck mal, wir kriegen doch immer mal wieder einen Regal ob, aber das wird einfach nicht zu einem Divine. Bein, ja. Ist echt ein bisschen arm. Wie soll ich das Ding arbeiten? Wissen wir mal nicht, wofür ich diese Trinket habe. Aber das ist immer gut. Ihr kennt das. Wenn man rummeckert, dann hat man mehr Chancen, dass die Items dann doch mal droppen. Das ist immer gut. So, lass uns mal gucken, was haben wir denn hier? Divergent Volley Neuen Chaos Summon Holy Relic, Anomalus, 8 Chaos Oh, Caustic Arrow Anomalus Caustic Arrow Ach ne, nur Caustic Arrow Caustic Arrow kenn ich natürlich, 10 Chaos, ok So, Whirling Blades Auch Anomalus 5 Chaos Und jetzt, hier, was haben wir hier noch? Behead Support Aha Behead Support Auch einen neuen Chaos Wir nehmen Caustic Arrow Den guten alten Caustic Arrow Ja, Caustic Arrow ist auch ein guter, ist an sich ein guter, äh, Skill Aber den willst du ja irgendwie auf wirklich ein hohes Level haben Für den, das Aus Ich muss mich auch noch dran erinnern Ist das wise? Da, 6 Decke Decks I hope this works To me Meld Das war ja mal neuter Gut, der Redense Dankeschön So, dann haben wir hier Können wir kurz mal raus Den Gem packen wir mal hier an der Seite Hier geht's Hear that? Und so, naja, den können wir nachher auch mal verkaufen So, wieder drin Und dann gucken wir mal weiter Was hier oben ist Oben rechts So, und wir haben im Angebot Auch zwei Köpfe Ja, die beiden Köpfe nehmen wir Und den Rest der kleinen Truhen Und ich spüre es Jetzt Wird aus den Köpfen in die Weinaub rauskommen Da, was halt gesagt Den Orb auf Schüssel Nennen die Weinschüssel Oh nein Wieder gehen die Weingrause kriegt Oh, ich frage mich auch echt, ne Ob das überhaupt wirklich, äh Funktioniert noch Zurück zu arbeiten So, jetzt ab nach hinten Gut So, hoffen wir mal hier unten Dass da was Judith jetzt dabei ist So, wir haben ihm ein Angebot Anomalus Toxic Rain Ja, das weiß ich nicht Toxic Rain 14 Chaos Artillery Ballista 5 Oh, Engar Engar, weiß ich nicht Anomalus Engar 10 Chaos Schon wieder diese Corrupting Fever 9 Und Lightning Tendrils Divergent 7 Äh, das ist glaube ich Toxic Rain Dann der Beste 14 Chaos Hat er mir da angesagt Jetzt ist ja eigentlich Albina James Immer noch da Oder ist Albina James Schon weg Oder war Albina James Nur da Um zu fragen Ob ich hier Bei Twitter Follow Und Ob man mir irgendwas verkaufen kann Für meinen Stream Jetzt so damit haben wir den hochweg so und dann unten hier noch und dort haben wir hier aber wir haben wieder Köpfe Köpfe nehmen wir aber irgendwie ist unsere Droprate bei Köpfe für die Weins auch irgendwie nicht vorhanden na schade na schade so auch hier Fränz hier will Lorena kaufen so 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 Das ist sehr günstig. Was hat dich in ein schlechtes Mord? Das war ein paar Inventions. Keep it down, oder else. Good one, Riepsel. Du kriegst das, ja? We will be detected, if we are more careful. So, ab nach hinten. But you still die sooner. So, what do we have here? Hier. Hier haben wir wenigstens vorbei ran. Anomalus. Cremation. 5 Chaos. Holy Flame Totem. Anomalus. 10 Chaos. Frozen Legion. Divergent. 10 Chaos. Bladestorm. Anomalus. 5 Chaos. Und das letzte. Combustion. Combustion könnte vielleicht was wert sein. Krieg nicht. Anomalus Combustion. Hm. Auch 10 Chaos. Joa. Brrrr. 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 Item Hier mit meinem Divine Gem Dass da mal einer dabei ist Alles Luke und Betrug So den haben wir jetzt auch schon Jetzt haben wir den dritten Jetzt kommt der letzte Das wird auch wahrscheinlich Der letzte Und dann werde ich noch ein bisschen verkaufen So da haben wir die Dinger Das sind ja Öle Na komm Öle looten wir auch mal Da können wir ja auch mal Glück haben A simple solution If it ain't broke You will be We've been spotted I can't do this yet So da ist nochmal Öl Dann sind wir bestimmt auch schon wieder voll Den werden wir nicht mal mehr öffnen können wahrscheinlich Na das ist schon zu viel Dann nehmen wir den hier noch mit Der wird ohne Schmär Und dann ab nach hinten Und dann mal gucken Was wir da so kriegen Da haben wir immer ein Angebot Divergent rolling magma 9 chaos Und anomalos splitting steel 10 chaos Und Divergent herald of ice Wissig nicht Hier halt auch weiss 18 chaos Immerhin Und anomalos wras Wissig nicht Anomalos wras Anomalos wras 40 chaos So und der letzte Wissig nicht Wissig nicht Wissig nicht Wissig nicht Anomalos Anomalos 8 chaos Wras Ist der Ist nochmal dabei 40 chaos Aber hast du gesehen, Mel, der sollte heute einfach nicht sein mit einem Divine-Dingsbum-Scam. Diese Dinge sind bereit, um uns zu töten. Stellen wir die Dinger auf jeden Fall noch rin. Oh, guck mal, Haschett heißt, zahbig irgendwie abgeschlossen. Was auch immer ich damit abgeschlossen habe. Boah. Oh. Der ist aber mehr wert. Der ist interessanterweise, sagt er mir hier an, 75k aus. Interessant. Sagt er mir hier an, 10k aus. Und hier sagt er mir an, 13k aus. Und hier sagt er mir, 15k aus. So, dann haben wir noch... Den hier. Weg. Genau. Und dann tauschen wir einfach mal noch um. Im Hideout. Die Ene-Karte hier, die Schüssel-Karte. Nochmal 10 Schüssel. Und dann würde ich sagen... Melde. Ich wäre ready für die Stacke Decks oder wir machen... Wir machen, dass ich noch Items verkaufe. Oder bedet. Und dann... Ja... Siehst du ja, wie das hier gerade funktioniert. So, richtig gut Items verkaufen. Keiner, keiner schreibt mich an. Jetzt haben wir ja Jutlinik recht. Jetzt bin ich mal bereit zum Items verkaufen. Ja, dann machen wir die morgen. Brainy ist dann aber ab morgen... Ist morgen schon Donnerstag? Oder Mittwoch? Mittwoch? Ich weiß ja nicht, ab wann er dann fahren wollte. Er wollte auf jeden Fall dann demnächst an der... Ist das Ostsee? Ostsee, glaube ich, ist das. Guck, an der Ostsee fahren. Ich gebe mal bei Google ein Ostsee. Dann sehe ich da, wie die Orte heißen. Ostsee. Und der Lust hier ist, dass bei Ostsee steht... Ostsee ist kein See, sondern ein Meer. Na? Fake. Also, alles fake. Ostsee. Estland, Stockholm, Finnland. Deutschland. Ja, ich glaube, hier so hinaus. Swinamunde. Heringsdorf. Usedom. Und so weiter. Nazinovitz. Lubmin. Jetzt ist er da alle. Rügen. Da fahren sie doch immer alle hin. Um sich zu entspannen. Aber machen wir Meld. Wir armen Bauern. Wir gehen wieder arbeiten. Wir schaffen was für die Wirtschaft. Ja. Und so weiter. Das sind sie doch. Äh. siehst du jetzt bin ich hier in diesem hideout drin und entwispert mich keine sau mehr an er kann doch wieder nur daran liegen dass das auktionshorst rot ist oder dass hier irgendwas verbuggt ist alle betrug und luk jetzt hier anomalus franzi es hat doch noch einer reagiert ich lobe dir alles marka ums hart jetzt geht es jetzt los siehst du jetzt funktioniert das wieder genau ich schalte mal noch der will nicht der will nicht aber jetzt zusammen gucken hier sehen ob das jetzt hier der der oberbullar war glaube nicht oder also im vergleich das müssen wir ja immer sehen meld im vergleich zu nah ich meine vielleicht haben wir auch einfach besonders für pech gehabt ja das müssen wir vielleicht auch irgendwie mal feststellen so 73 müsste die hier so prior pit auf chimera dann müssen wir vielleicht auch irgendwo feststellen dass da halt eine stung war mit die mit einer die wein mit dabei war aber wenn man sich jetzt so überlegt was wir da an kosten ja auch haben mit den ruck markern die kosten ja auch ein bisschen was wenn man die da 55.000 sagen wir mal für eine für einen die weinen die kommen wir ja mal runter rechnen 222k aus moment ich brauche erstmal hier den trade also leeres fach 10 endlich sind wir das ding dann auch mal los so jetzt können wir da auch was ausrechnen also dann ganz einfach mal in die weine ist 222k auswerten wir kriegen 55.000 55.000 durch 220 dann ist ein chaos 250 ruck marka wert meld und ich habe ja auch schon ausgaben von m 10.000 pro map 10.000 pausen durch 250 40 k aus da ist das nicht unbedingt tolle was da rumgekommen ist oder oder bin ich da jetzt bin ich jetzt da irre nee weil die kosten halt so viel die ruckmarker also 40 chaos und dann muss man ja noch gucken dass ich 10 chaos vielleicht dann auch für die für für den blueprint ausheben ne plus vielleicht nochmal 3 chaos für eine deception also halt kosten von 53 chaos und die muss man natürlich erstmal wieder hinholen obwohl man dann natürlich auch vier gänge hat ne das darf man dann auch immer nicht vergessen also wir haben ich rechne dann mit vier mit vier gängen dann denke ich kannst du da sagen okay du kriegst du auch wieder rin ne so die 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 55 chaos im normalfall im normalfall dann ja das ist das ist erst So, gleich ist dann wahrscheinlich der PoE-Stream vorbei, dann mache ich wahrscheinlich mal irgendwie so 5 Minuten kurze Pause, mal irgendwie Klo oder so eine Späßszen, dann mache ich auch kurzzeitig mal aus und dann geht's weiter, Meld, mit dem anderen Spiel, mit dem Feinspiel. Dann werde ich wieder nebenbei Handy rumdödeln, ne nicht Diablo 4, Diablo 4 kostet doch 70 Euro, das habe ich doch nicht, das ist mir doch auch zu teuer, aber vom gleichen Hersteller auf jeden Fall, da wo wir gestern drin waren, hier, da wo wir mal hören können. Kämpft gemeinsam für die Allianz! In diesem Spiel wollen wir da nochmal ringgucken. Ja komm, da muss man echt sagen, ne, also, ich meine, bei mir macht Vioveda, das macht mir Spaß, das spiele ich auch gerne, das spiele ich ja schon über x Jahre, aber 70 Ocken, das hört sich echt blöd an, aber 70 Euro für einen Diablo, man kann's doch übertreiben. Wirklich, man kann's echt übertreiben. Und das heißt nicht, dass ich mir Diablo 4 halt nie angucken werde, ne, das werde ich mir schon angucken, weil, ich sag mal so, als Spielsatz sieht aus. Und die unrighteous wird turn to ash, und die unrighteous wird turn to ash, to ash, und die unrighteous... Das werden wir wahrscheinlich spielen und sehen, ich mach auch keine, keine, keine Öle hier, bloß nicht, nicht mit einem Righteous Fire, das machen wir im Ernst und Jahr nicht. Wir machen, äh, den hier. So, äh, den hier. Denn es muss immer einen Lichtkönig geben. Guck mal, wir kriegen hier unser Dings. God Change from Divine. Wispa, yes. Ja, genau, jetzt kommt die Endmusik. Wollen wir kurz mal gucken, die war 175. 175 minus 225 sind 50. Das ist mir jetzt so anstrengend. So. 47, wir haben hier noch 47, so. Zack. Zack, 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 zack. Thank you. Ja, das ist dieses Spielmeld. Da gibt es nichts besseres. Das ist wirklich, das ist wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel. Ich habe ja alle irgendwie ab Teil 7 gespielt. Also 7, 8, 9, 10. Und 10, 2. Und alle so in dieser Reihe, 7 bis 10, 2. Obwohl 10, 2 auch schon wieder ein bisschen strange war, aber das fand ich auch noch. Aber alle danach, da ist es mir zu abgedriftet, das Final Fantasy. Also jetzt nicht das MMORPG Final Fantasy, das nehme ich mal raus, ne. Aber alles, was hier auf den Konsolen dann stattgefunden hat. Playstation. Playstation. Et. Dum, dum, dum. So. Gut, dann wartet jetzt erstmal. Alle, die noch irgendwie gleich wieder einschalten wollen, da kommt nochmal WoW in eine Runde. Ich danke auf jeden Fall erstmal heute wieder für Zuschauen beim Path of Exile Stream. Schaltet gerne wieder ein, lasst gerne hier einen Follow da. Falls noch nicht da gelassen, lasst gerne auf meinen YouTube-Kanal, der hier verlinkt ist, im Twitch-Kanal, Like und Abo da. Und wie gesagt, wer noch mit dabei sein will bei einer Runde WoW wie ein bisschen Instanzen über den Dungeon Finder mache, Low Instanzen mit Mind Twings gerne dabei bleiben, da werde ich nebenbei noch ein bisschen Handyspiele spielen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Auf jeden Fall für die Path of Exile Gemeinschaft. 21 Uhr bin ich wieder da. Und ansonsten für die Leute, die noch dabei bleiben wollen, sehen wir uns gleich in wenigen Minuten wieder in WoW. Also, bis denn dann. Tschaui.